Einen wunderschönen guten Morgen. Wir gehen heute in den Good Morning National Park. Ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle, warte noch auf Leander und steige dann in seinen Bus zu. Dann nehme ich euch mit auf diese wunderschöne Reise ans Ende dieser Landzone, auf der ich lebe zur Zeit. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Wir sind jetzt im National Park angekommen. Ich will dasole im National Park. Ich bin im National Park. Es gibt wahrscheinlich auch einen schuhlisch, die we pesten bis wattigieren aus dem Licht unseren Heffern. Ich denke nicht, ich gruppe dich Pensade, ich Club warst09. Ich freue's mich. Das, was ihr da gerade gesehen habt, das war die London Bridge und der Strand halt. Und jetzt gehen wir nochmal zum Näh-Pinpoint, das ist dann ganz am Ende der Landzunge und zeigen euch das Ganze. Bis zum nächsten Mal. Wir sitzen hier gerade in so einer kleinen, schönen Lagune, kann man es so nennen. Und entspannen ein bisschen und jetzt warten wir auf den Sonnenuntergang und dann gucken wir uns den an und dann gehen wir wieder zurück. Da die Kamera jetzt demnächst alle ist, wird es den Sonnenuntergang wahrscheinlich nicht mehr geben. Und deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, abonnieren. Dann haben wir wieder einen Daumen hoch. Scheren, alles ne? Ja. 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 Ja.